Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Skyhawks mit dem Tom. Hi. Ja. Aber nur mit dem Tom. Ja. Und ich glaube, das ist das erste Mal, wo Tom auch das Herz hat. Ja. Ich mache diesmal keinen Diabrus, ich mache zwei Diaz-Schwerter. Ja. Weil wir hatten eine Runde vorher, da hatte Tom acht Diaz, hat sich einen Diabrus gemacht und hatte kein Schwert. Erstens, ich hatte neun Diaz, ich hätte mir die erschaffen bekommen können, aber hell, wir sind los. Hat unser T-Bank das Spiel verlassen oder ist es nur eine Zweier? Das ist ein Zweier. Achso. Alter, ist die ja groß. Ich weiß. Guck mal, der baut einfach unter seinen T-Bank den Block ab. Die bekommt, die bekommt hier. Den. Bau mal hoch, oder ne? Oder bau hoch, bau dich hoch, bau dich hoch. Der hat den Paluten, der hat den Asken, die baut einfach der unter Block ab. Die kann nicht trolling, trolling gebacken werden. Komm, ich lass die nicht kill. Komm, der ist hoch. Warte, der hat unter seinem Team-Mate den Block abgebaut, dann er? Ja, also bitte mach das nicht, der Team-Mate, komm mal, komm mal, komm mal. Der Team-Mate baute sich so hier mit Glas und die baut einfach das Glas ab. Also so und die baut das Glas ab. Okay. Meinst du nicht der, er? Ähm, hast du Glöcke, dann bau dich da hin. Ja, ich hab aber kein Essen. Ich hab Essen da. Ich brauch aber noch Sente. Hallo! Hast du den Job gesehen? Nein. Uh, so. Wo ist, wo sind die? Da. Von hinten, voll hinten ist. Er hat nur Lederbrust, der hat nur Lederbrust. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Aber der kann uns runterhauen. Warte! Achtung, Achtung, Achtung! Pass auf, pass auf. Warte, ich mach, Achtung... Warte, ich mach... Warte, ich mach, Achtung! Warte, komm, geh nochmal auf den Baum. Oh, was mach ich? Warte. Loll. Loll. Ah! Loll. Was ist hier los? Ähm, ja, du hast Blöcke. Au. Der ist schon beim nächsten Team. Der ist schon beim nächsten Team. Oder nochmal beim... Ach, der ist da wahrscheinlich. Ne, der ist beim... Von der noch einer Insel jetzt. Ich glaube ich. Ja, da ist er. Da ist er. Bau dich rüber. Von hier. Ich helfe dir! Bin tot! Mann. Fett. Ich hatte mega Fallschaden bekommen. Kriegst du ihn? Nein. Okay, du bist tot. Ja, noch mehr. Wieso nicht? Ähm. Pirate und Temperatur würde ich empfehlen. Pirates, lieber. Weil, dann könnten wir beide Enderperle bekommen. Weil, ich könnte das Kind Endermann nehmen. Dann hab ich schon eine Enderperle. Aber... Aber... Aber Pirates... Ist kein nirgends. Doch, doch Pirate! Und... Äh... Ich fiel bei der letzten Aufnahme. Was denn? Was denn? Äh, weißt du, wo du die ganze Zeit auf... Äh... einfach gespammt hast? Brand war! Bist du dritte? Ich bin drin. Doch. Hä? Hä? Lecker! Habs gelägt. Lol. Es ist... Es ist kein Cut, oder? Nein. Nein. Nein, jetzt nicht. Aber naja. Aber dann... Wenn wir uns direkt in die Mitte bohren, wenn wir eine Enderperle wieder sehen... Sehen würden. Ähm... Ich hätte mal so ne Frage an deinem kleinen Community. Falls jemand von euch Plugins schreiben könnte, schreibt es mal in die Kommentare, bitte. Ja, weil ähm... Basti und Tom... Also wahrscheinlich kennt ihr auch... Ähm... Logischer Basti... War Logischer Basti schonmal... Ähm... Auch in der Aufnahme? Nein, aber... Ja... Ja... Also... Also... Ja... Ähm... Tom hat eben zu uns selber mit einem Freund... Und... Da suchen sie eben noch Developer, weil sie haben keinen Developer. Oder? Ja, aber wir haben... Ja... Basti ist auch so ein kleines Developer, der schreibt manche Planeten auch selbst. Echt jetzt? Ach... Ja... So... Keine Enderperle! Keine Enderperle! Lass uns so bauen! Komm mit! Dann bauen wir zu und die wir zu! Aber wir bauen uns in die Toppen! Baut du dich! Bauen wir uns jetzt! Ach, und bei unserem Server könnte ich auch als Moderator, Supporter und Bilder bewerben! Ja! Bilder! Bei Bilder müsst ihr nur vorbauen und uns fragen, warum ihr unbedingt auf unserem Server Bilder werden wollt! Ich habe gerade gemeint... Ich habe gerade gemeint... Die... Die... Ähm... Zeit läuft nicht mehr ab! Dabei habe ich... Fünf Level! Das hat ja schon lange angefangen! Baut du dich mal ein bisschen hoch! Oder ist es... Bauen wir uns hoch! 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 Du hast die 여러 Pelle abgesagt! Du hast die andere Pelle abgeblockt! In dein Ernst?! Ist nicht dein Ernst? Tja, ich hab mit... Ja ich... Die Korvenmachtung! Wie... Ich hab' wirklich... Ja... Ich hab' ja keine Wasser... Wenn könnte dann, wäre ich... Was macht man? Hast du noch Blöcke, wir müssen... Bau dich da hin! Bauen wir uns doch hin! Bauen Du den Weg ab! Bau du den Weg ab! Bauen die Rot after die... Ok... Ok... Ich hab ne Hübbel, okay, Hübbel. Bleib oben, ich setz hier unten Wasser. Nein, nein. Oder komm auf. Ich bin gut in Jumpdown. Also kann ich einschätzen, wieviel ich da noch mache. Ich hab übrigens zwei Dierschläge. Ich hab Schneebälle. Ich hab kein Dierschwert, nein. Ich hab über ein Steck Eier. Hast du, ähm, hast du ein Dierschwert? Nee, ich hab ja, ich hab das geändert, meine. Ach so. Ich bin fast voll Dier, außer Helm. Da Helm, warte ich am Helm, da. Bist du auch voll Dier? Nee, ich brauch noch ein Ding. Ja, dann mach dir lieber einen Helm da raus. Nein, ich hab schon einen Helm. Äh, Schwitzhack. Ich soll eine Schwitzhack hier drauf machen. Äh, Schwitzhack, was laber ich da eigentlich? Ich mag ein Brustpanzer. Aber ich hab, ich brauch noch ein Dier. Ach du hast, ich dachte du hättest Diamanten. Ich hab ne... Nein, ja du hast wie sieben Diamanten hingeschwissen, wie sieben. Ich weiß, ich weiß, ich hab auch keinen Diamanten mehr. Ich dachte, du hättest nicht einen. Okay. Okay. Naja, ich mach mir ein Dier Schwert. Hast du Holz? Ach doch, ihr sind 6, ihr sind 6, ihr sind 6, ihr sind 6. Okay, warte, hast du Holz? Oder? Ja. Wenn du Holz hast, dann mach... Nee, wer kann. Okay, nee. Dann mach ich halt einen. Hast du auch schon ein Dier Schwert? Nee, aber mach mal mir bitte auch eins mit. Ja, warte. Falls ich noch kann. Hm, ja, doch. Ich kann... Ich... Ich verzaubere grad grad noch... Ich verzaubere noch dein... Schwert. Okay. Bitte noch Schärfe. Bitte noch Schärfe. Ich versuche nur. Gib mir, gib mir, gib mir. Da. Habe ich dir das Dier Schwert zugeworfen? Mein Feuerzeug. Ja. Ja. Wo ist mein Feuerzeug? Ja. Die Spitzer hab ich nicht. Doch, die hast du mir gegeben. Mach mich was. Da steht... Da steht Halbbarkeit. Äh... Jetzt hab ich mir Lederkappe verzaubert, damit hier... Okay, ich sterbe eins. Achtung! 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 Komm schon! Ah! Shit, 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 shit. Nein! Nein! Ich bin... Ich bin tot. Ich bin tot. Okay. Leute, ich würde sagen, das war's von heute. Und... Tom lebt noch, oder? Nee. Okay, Leute, das war's von heute. Bis zum nächsten Mal. Und... Ciao! Ciao! Ciao!